Aber es gibt doch den ein oder anderen, der gesagt hat, ich helfe auf andere Weise und zwar mit einer Videobotschaft, die uns erreicht hat und mit einer Geschichte, wie ihn hier erzählen, möchten wir sagen, einen schönen guten Abend nach Hamburg zu Udo Lindenberg. Ich trau dich durch, die schweren Zeiten, so wie ein Schatten, will ich dich begleiten, ich würd dich begleiten. Denn es ist nie zu spät, um nochmal durchzustreiten, hinter einem schwarzen Morgen, will ich nur den Zeiten warten. Will ich nur den Zeiten warten, will ich nur den Zeiten warten, will ich nur den Zeiten warten. Hey liebe Freunde, ich kann mir leider heute nicht bei euch im Studio sein, aber mit dem Herzen bin ich voll dabei. Ich habe plötzlich noch dieses Bild gemalt für die Versteigerung, wir sitzen alle in einem Boot, wir halten zusammen, volle Solidarität, wir müssen da jetzt richtig durch, ordentlich Power machen. Leute, wir brauchen jetzt eure Hilfe, jeder ist gefragt, seid dabei, euer Udo. Das hier ist er, der echte Udo Lindenberg, ich habe ihn angefasst. Was für ein Riesenteil, ja wie kommen Sie dran? Wir haben eine Versteigerung ins Leben gerufen, und zwar über eine Seite, die sich genau darauf spezialisiert hat, unitedcharity.de. Und das heißt, ja, so wie Sie es in anderen Auktionshäusern kennen, Sie geben, was Sie können und hoffen, dass niemand mehr geben kann. Ja, so, bis Montag 15 Uhr haben Sie Zeit mitzusteigern, wir werden dann in ARD Brisant das Ergebnis bekannt geben. Und dann werden wir hoffentlich, ja, ganz, ganz viel Geld zusammen bekommen für dieses Udo Lindenberg Original und wunderschön, also eine ganz, ganz tolle Sache. Auch hier heißt es, so weit wie möglich, Geldbeutel auf. Von einer Musiklegende kommen wir jetzt zur nächsten, und Sie denken vielleicht, ich übertreibe, aber nein. Von Udo Lindenberg geht es jetzt zu Herbert Grönemeyer.